Danke Jakob, dass du die Brötchen gut hast. Wir haben hier gerade gegessen und werden jetzt erstmal uns hübsch machen für den Tag und dann mit dem Fahrrad nach Speyer fahren. Let's go! Ich glaube sogar fast, dass ich mich da hier auf das Bänkchen setzen werde und den Vlog vom zweiten Tag schneiden werde. Unsere Fahrräder stehen hier schon bereit. Und wir fahren jetzt nach Speyer. Los geht's! Wir sind am Rhein. Das ist ein Stein. Was ist ein schlechter Rhein? Auf jeden Fall haben wir jetzt kurz Pause gemacht, um uns mal dieses idyllische Örtchen hier mehr anzugucken. Ich versuche mal wieder hochzubalancieren. Ich finde, das ist echt mit einer der schönsten Abschnitte vom Rhein. So von dem Wasser her und von der Sonne und den Vögeln und den Bäumen und den Steinen und dem Wasser und den Blumen. Bis zum nächsten Mal! Wir sind jetzt hier raus aus dem Dom. Ihr habt ja ein paar Bilderchen gesehen, wie es da drin aussieht. Sehr interessant übrigens. Generell diese ganzen Häuser, die sind alle noch in so einem, ich will jetzt nicht sagen altmodischem Stil, aber die haben alle so einen leichten, altmodischen Touch. Das war das Ganze sehr interessant. Hier und da, also hier gibt es eine große Straße, die runter geht. Rechts und links gibt es dann immer so kleine Gassen, sag ich jetzt mal, die dazwischen durchführen. Die sind sehr eng und das finde ich ganz interessant, weil sowas gibt es ja in Oldenburg gar nicht. Und wir schauen noch mal weiter, wo es uns hinbringt. Wer von euch schon immer mal sich ein Eisgoogle in Speyer holen möchte, der sollte mal bei so einer Box vorbeischauen, wo man mal ein Statement dazu setzen kann, was Glaube für einen selbst bedeutet. Man muss es nicht auf die Kirche beziehen, sondern einfach so, was Glauben für einen ist und bekommt dafür ein Eis. Einige machen es, andere nicht. Tja, ich weiß auf jeden Fall, wer jetzt ein Eis hat. Angekommen bei den Fahrrädern wissen wir nochmal, wer ein Eis hat und wer keins hat. Und wir drehen jetzt den Rückweg an nach Philipsburg und guck mal, was uns da über den Weg läuft. Hoffentlich keine Antilope. Nachdem ich einen Platten hatte, ist mein Fahrrad jetzt wieder heile und mein Reifen bzw. meine Kette fixt. Und wir machen jetzt hier eine kurze Pause, essen, trinken, verschnaufen, extra kauen, ihr wisst es. Und fahren dann zurück nach Philipsburg. Ein kleines Zwischenupdate hier. Wir sind jetzt wieder an unserem Campingplatz angekommen, wie ihr schon vielleicht an dem See erkennen könnt. Ich habe gerade begonnen, das Video hochzuladen. Vor ca. 7 Minuten habe ich begonnen, das Video hochzuladen. Es hat nicht mal 1%. Ich bezweifle, dass dieses Internet ausreicht, dass ich euch das Video bieten kann. Ich hoffe aber, dass es in der Nacht dann so ist, dass das Video schneller hochlädt, da nicht mehr so viele Leute im WLAN drin sind oder irgendwas runter oder hochladen. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal Essen und ich werde mich später nochmal an den Tisch nach hinten setzen, den ihr gerade nicht sehen könnt, um das Video fertig zu schneiden. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Essen wieder. Nammend aus dem Bulli. Es ist spät geworden. Der Tag ist untergegangen. Wie die Sonne. Wir legen uns dann jetzt mal schlafen. Ich schneide das Video von gestern. Das Video von vorgestern, also vom ersten Roadtriptag, habe ich begonnen, hochzuladen. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Das Video lädt jetzt seit 2 Stunden ca. hoch. Es hat 3%. Also, überlegen wir mal ganz kurz. Ja, ja. Um die 100 Stunden. Gutes Internet hier. Dank, tschau.